So Leute, wir haben jetzt hier die Möglichkeit auf diesem Kanal das aller allererste Mal ein wirklich sinnvolles Video zu machen, eine sinnvolle Aktion zu machen. Ein neues, innovatives Konzept, der Nostara Flashmob. Und zwar haben wir hier den Werten Leubsdorfer Jungen. Einige von euch kennen ihn sicher, weil wir ihn auch mal promotet haben. Das ist ein richtig netter Typ, den haben wir nach der Gamescom besucht. Er wohnt in Leubsdorf, er hat Tourette und ist ein richtig cooler Typ, richtig lustig drauf. Und er hat jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht so eine glückliche Phase, er macht nur eine Trennung durch und hat sehr krasse Liebeskummer. Also er lädt jetzt hier auch in letzter Zeit sehr negative Videos hoch. Und da ist jetzt der Plan, wir, also alle, 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 denn Nostara Fortz ist nur die Elite, nur die Elite. Alle gehen jetzt auf den Kanal, spammen den so richtig zu mit Glückwünschen, mit alles wird wieder gut und vielleicht auch mit privaten Nachrichten schreibt, was ihr wollt. Jeder, der mitmacht, ist ein guter Mensch und wir können etwas Gutes tun. Und das ist übelst cool, weil das hier ist er, er ist ein guter Mann. Das ist ein richtig, er hat so eine kindliche Naivität, ist aber trotzdem richtig helle. Ja, das ist ein richtig geiler Typ. Also, Kanal ist verlinkt in der Beschreibung, könnt ihr uns Schindluder treiben. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt abonnieren, aber ich glaube, er freut sich bestimmt auch, wenn da ein paar. Aber, ja, guckt euch halt an, was er so für Videos hochlädt. Hier ist übrigens auch ein Video, wie wir ihn besuchen nach der Gamescom, weil Läubstdorf in der Nähe von Köln ist. Ja, gut, das wäre es eigentlich gewesen. Ach ja, ansonsten übelst fresh nochmal danke, weil es läuft gerade übelst bei Millionärswahl, Penis, übelst läuft es am Seinlaufen. Genau. Mittlerweile sieht man leider nicht mehr, auf welchem Platz man gerade ist, aber gestern Platz 8, ganz schön krass. Und solange unter den ersten 49 Plätzen, solange man da drunter ist, ist alles cool. Und ansonsten würde ich jetzt hier nochmal dieses sensationelle Lied abspielen. Das ist das beste Creative Commons Lied, was ich kenne, also wirklich, das ist der Hammer. Und hier, das gilt natürlich dieses Mal für euer Video, für euren Einsatz, dank diesem Video. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ich will jetzt eigentlich nur das Video starten. Dieses Danke, das gilt jetzt euch, wenn ihr dem Läubstdorfer Jungen nette Glückwünsche hinschreibt. So, während ich jetzt dieses Video abspiele, dieses Lied hier meine ich, also beides, geht ihr auf den Kanal und seid nett. Und wenn ihr das macht, seid ihr cool. Dann kann man auch mal wieder sowas machen. Nostara Flashmob. Ist diese Musik nicht wunderschön, hat Kalle mal gesagt. Oh, das Wetter, das ist halt so wunderwunderschön. Voll gay. Geil. Der Läubstdorfer wird sich freuen.